aufnehmen und dann abgab abgabend m ob man dann noch nicht sehen können es aber nur als ob ihr gut wollen es war noch und an unternehmen keine Ahnung mein englisches Ehren Junge ich geh wieder da ah Regen schon wieder Ja, das ist wieder mein EMM-Manpieler hier. Oh, und Bolo ist wieder raus. Nein, noch nicht. Nicht schwer. Wir sind gestern richtig schlecht. Der Kampf für die Befreiung ist alles frei. War ich schon immer, aber fast schon. Aber ich will nicht so was tun. Ich wicke. Nein, das kommt nicht mehr an. Egal, ich habe den Preise sicher verloren. Ach, weißt du noch, dass wir uns vermuten? Ja. Nein. Ich bin unten. Ich bin Müller. Nein, aber das weiß Partiati nicht. Nein, aber das weiß Partiati nicht. Wollt du? Ach so. Und jetzt hat er die Schausse zurück. Nee, Schönteck. Was? Ja, Schönteck gibt's nicht mehr. Ja, Schönteck ist langweich geworden. Schönteck ist langweich geworden. Ja, eigentlich war ich 5 Sterne. Boah. Ja, ich habe immer 5 Sterne. 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 Ja, warum dann jetzt mal rein? Da können wir einfach spielen. Ja, da können wir einfach spielen. Ja, die sind jetzt immer 5 Sterne. Ja, mit Lass. Ja. Hast du immer 5 Sterne? Ja, Stürmer habe ich auch 5 Sterne. Ich auch, hab immer 5 Sterne. Ich? Äh... Torjäger. Ganz schnelle Entscheidung. Foul, Abort. Perfekt gemacht. Das war deiner. Ja, aber Vorbereitung hat ein bisschen... Ah, doch, Vorbereitung hat mehr ein bisschen weites Schuss als als teuer. Aber darum hast du ein bisschen mehr... ...das ist mehr Gesamtwertung. Ja, du. Nein, Mann, du bist mit Gülen. Und der Gegner, du kannst. Halt den Kopf. Oh, dann. Ich muss diese Aktion doch unterbiegen. Oh, ein Scheinabend. Oh, Mann. Hä? Direkt A2. Seedorf. Ach, die ist ein komischer Typ. Komischer Typ. Na, du hast überhaupt nicht... ...Menschler sind... ...Menschler sind gemeint gemacht... ...die Typen in Madrid-Mannschaft. Nein, Jungen, das ist geil. Das war die geile Mannschaft. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Jetzt bist du der Geiler. Jetzt gucken wir nicht mit ManCity an, Alter. Mann. Wer in Madrid? Köln. 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 Oder Adidas. Nein, das war Absatz. Nein, nein. BVB auch noch. BVB. Ein Mann. BVB hat ges... Nein, Mann. Wolfsburg ist scheiße. Ey, nicht mit denen. Wolfsburg ist scheiße. Und nur am Freunden. Oh, das geht mal rum. Zwei Mal. Gelb nach Gelb. Gelb. Wir wollen nicht hier die... ...das wieder nochmal sperren. Finde ich nicht cool. Haben schon zwei. Und dann wird immer noch mehr... ...mehr... ...mehr weg. Und der Torwart, er ist da. Warum wurde denn gesperrt? Weißt du, das war's jetzt überhaupt? Ja, hab ich jedoch geschickt wurde. Was war's nochmal? Aber... Wo ich... Wo ich gesagt... Ne, das darf ich hier auch nicht sagen. Wo ich... Wo ich gesagt habe, aber jetzt habe ich dich eingeloggt in so ein Scheiß. So, das geht nicht mal. Ich will ja auch nicht jedes Video... ...noch... ...blockiert. Ne, insgesamt drei. Bei GT habe ich auch das gemacht. Man sagt... Aber weiß nicht warum. Das ist nur Deutschland. Man geht ja auch. Man geht ja... Junge... ...weiß sie nicht. Das wird abstoßen. 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 Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich das dann nur machen, oder so. Das ist bankrautmäßig. Das ist bankrautmäßig. Das dauert zu lange. Das konnte er den Ball ganz souverän abstoßen. Der letzte Bankraut ist saugeil, ey. Ach, hast du auch GTR? Ja, hat der auch. Ein super Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner mit Wicht aus den Siegel. Ja, GTR in so einem Moment. Kein Bock. Ach, aber Geld. Mach wieder auf. Alter, ich habe 21 Autos. Panzer, Panzerschrauber... Ja, Panzer habe ich auch. Diese MG-Karre. Und die Spiele sind nicht hin. Die Spiele sind nicht hin. Und die Spiele sind nicht hin. Und die Spiele sind nicht hin, nicht hin. Äh, 180. Und dann gibt's auch nicht. Und dann gibt's auch nicht. Zwei kamen vom dem Ballbesitz. Nö, ich habe das schon nicht durch die Schäufe. Da hat das Diving nicht gestimmt, deswegen abseits. Machen wir aus Rony. Haben wir ohne Fahrt. Da kommt keiner dran. ja dort können nur auf dem gemacht er er ist was denn ich habe heute so klasse das aufbauspiel des Gegners ich hoffe nicht dass sie jetzt hier gesperrt wird Wenn ich das hochlade. Jetzt ist die Grenze erreicht, jetzt ist er die gelbe Karte. Ja, und ab jetzt einfach mal einen Gang runterschalten, sonst fliegt der hier. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. So 19 Abonnenten ist ja auch geil. Genau. Sauber. Kippa! Ja, da sind sie schlicht im Weg. Ich will nicht hoffen, dass es hier blockiert wird, wenn du mir das immer sagst, Arschkind. Ich kann ja nicht sagen. Ich weiß nicht, wie YouTube das ist. Stell den einfach aus, ich will sowieso keiner sagen. Kann ich nicht. Alles gut. Oh, Junge. Ich kann ja keinen Beep tun, nein. Mann! Irgendwann steht ein verfickter Weg da neben mir, ey. Oh, Junge. Mann! Du hast doch die Chance zum Ausgleich gehabt. Loser. Nein! Er passt den Ball zurück. Hab ich. Jetzt meiner, skillen! Alter, mein Lohr. Nein, du kannst nicht. Du kannst es nicht. Skillen mit Till, ne? Das ist ein Bock, Alter. Ich schuf genau, ich hab mein Fondiger. Wir haben den Matchmaker. Okay. Ah, 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 okay. Ich hab ein Nido. 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 Boah. Junge. Das ist immer blöd. Oder vielleicht auch eine Chance. Wenn man in die Hals dezimiert. Boah, es wird ja immer auch schon, wie die da vom Platz gegangen sind. Es wird auch kräftig diskutiert, ob dieser Platzverweis überhaupt in Ordnung war. Ich finde, das war hart, aber korrekt. Alter, 89 und 88. Ich bin halt 90 Z3. Skill Mittel. Dirk Seedorf, der hier runtergeflogen ist, hat eine Bewertung von 4,5. 4,5? Ja. So ist das im Leben, ne? Ja. So. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Hier unten. Tschüss mal. Wenn ich da hingelaufen hätte... Alter. Alter. Dann hättest du's kaputt, oder warum... Nein, nein. Ja, Eckball, Eckball. Alter, das ist laut. Kuckuck. Ja, kurz nachfossen, ich mach Kopfball. Ja. Die Fans eindert sich... Alter. Die Kurven, Mann. Kopfball, Mann. Ja, das war acht, Alter. Scheiß. Absatz. So. Ja, das war Absatz. Ja, das war Absatz. In der Fall. Macht das genau. Das ist wohl schlimm, weil da wird angezeigt, dass wir gewinnen. Das ist wohl schlimm, weil da wird angezeigt, dass wir gewinnen. Ja. Ich hab gesagt, wird angezeigt, dass wir gewinnen. Ja. Ja. Als Trainer da draußen wirst du verrückt, wenn du siehst, was dein Problem geht. Komm doch, wo du noch so... Ja, er will den da haben. Ja, sag ich ja. Scheiße. Nee, nein, nein. Ich hab' nie, nein. Ich hab' nie, nein, nein. Wisse, mach' nicht hinzu. Ja, klar, ja klar. Hände ich mal nach vorne. Ja, ich hab' ja! Ich hab' ja geleitet, das habe ich mich geimpft. Ich hab' ja nie operates auf den Werf. Ja, klar, ja, klar. Ich hab' ja nicht drauf. Boah. Meiner... Nein! Meiner war wieder der Boss. Meiner... Ich glaube, er war wieder der Boss. Mach drüber! Drüber! Das ist ein Bot! Hoch im Fernbau! Ich kippe ihn los! Oh, grüßt er! So war! Ja, mach hier! Zu, zu, zu... Gut, Junge! Ah! Jetzt greift er ihn an! Weiß, ich bin auch weit! Du kannst es nicht! Das ist ja ein tolles Skill! Und dann kann man gerade auch! Ey, du machst den Abtaschen weiter, bitte! Oh, der ruft der ganze Zeit an, Mann! Das bin ich! 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 Ich greift Solo-Gänger! Mach doch! Du, careful! Das greift heute keiner! Der macht dann nichts, hoşineinander! Ich habe Schuld und schlauzt! Oh, Junge! Holese! Research der Gegner vorne! Boah, mein Kopf juckt aber trubft ihm doch! O nein, dachte ich das mal weg! � �ahule hat CV... Achmet! Ich hab kein Auto auf dem Weg, oder? Die ist doch nun mal... Komm runter, da hätte ich... Komm runter. Okay, komm runter. Du wolltest kurz weg, ne? Ja, nicht so kurz. Auf den ersten Pfosten soll ich spielen. Oh! Wie das geht? Du musst kurz weg. Ich musste zwei Biken machen. Ja, du hast nichts für dich gemacht. Aber nicht fein. Du hast fein halb gemacht. Keine Meinung. Hey, Dick. Der Torwart, wie er die Situation eingeschätzt hat, alles richtig gemacht. Der Mann ist unfassbar. Richtig gut drauf. Auch hier, in dieser Situation. Ich hab die Back. Ich hab die Back. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt wieder ein Spiel vollkommen unerwartet. Klasse gemacht in dieser Situation. Und was ist das für ein Fußballspiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Gott. Lilly geht bitte ein bisschen drauf bitte. Ist weder. Oh mein Gott, lets smaller Zeit gehen. Oh Mann. Das sind die anderen alle voll. Chance für einen Kontx. Meiner hat noch voll. Super Flanke. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Oh, oh. Ich wusste dann, nein, 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 nein. Sie holen jetzt hier einen Eckball nach dem anderen raus. Irgendwann muss einfach mal ein Tor fallen. Ich bin im Alltag, ich weiß, dass sie immer die Bombe auf den Kopf sind. Was ist das denn? Ja der Junge ist schlau, er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Jetzt müsste die Flanke kommen. Da wird der Ball abgefälscht und geht jetzt aus. Sie holen jetzt hier einen Eckball nach dem anderen raus. Irgendwann muss einfach mal ein Tor fallen. Warte mal, zählst du, jetzt legst du in Führung, der höchsten Unterdruck geht in Führung, und das lieb ich am Fußball, das sollen die Gegner hier möglich sind, und jetzt bin ich mal gespannt, was noch kommt, in der Entstehung im Abschluss, in der Klasse dieses Tor, und wenn jetzt die Fährten auf Blut kommt, Ja, guck mal, Thomas Müller, BOM! Und sie haben doch tatsächlich noch mal zum Beschlag, das hätte die perfekte Flanke, was für ein Führung, was für eine Dramatik! Ja, aber noch mal, ich schaue, den hätte kein Tornhüter der Welt gehalten, oder? Oh, Mann! Der Kompetotor war, das müsste eigentlich einen extra Punkt geben, für diese perfekte Flanke. Ja, 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 komm, ich will doch fallen, ja. Ja, er sieht fast so aus, als glaubt er hier ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Perfekt, geballt jetzt noch für Rookie und dann auch für Baubau. Die Flanke kommt gut. Und? Oh, wieder! Ich glaub, ich spinne! Oh, okay. Bam! Nubi. Oh, yeah. Äh, ja. Super gemacht. Oh, ja, ja. Der Grier hat nicht von mir gar nicht. Ja, der richtig macht mich. Äh, du hast einfach golden. Oh, Jumala. Ja, ja. Der Grier hat nicht von mir gemacht. Nee, der geht insett. Das Tor hier ist der Beleg dafür, muss immer weit weg gehen. Mach ich auf, ich mach ne Branche. Geh mal ne Branche. Er läuft doch nicht immer her. Ecke, 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 Ecke. Ne, ist keine Ecke. Warum? Mach doch. Na, ne, ich muss doch nicht mal verlieren hier, ne? Ich muss beten hier. Ja, nein. Scheiße. Verdammt. Ach, schade. Oh, verdammt. Schützenfest. Gute Idee. Schützenfest, das ist gute Idee. Ja, ich hoffe. Egal. Ja, tolles Spiel. Schön spannend, aber leider haben wir wieder verloren. Dann, ähm, ja. Vielleicht, zum nächsten Mal, euer WUPLP. Ja, schade. Der war auch ganz gut im Spiel. Und dann, ja, unglaublich. Ja.